Na super, wir haben da einen Grund zu feiern, wenn es einfach nicht klappt. Und ja, jetzt sind wir im Part 2 angelangt von heute. Wie gay. Wie gay. Wisst ihr, wie ich mich freue? Naja, egal. Halb so schlimm. Auf die Stacheln aufpassen, das wäre jetzt sowas von tragisch hier zu sterben. Und okay, ja. Oh, komm. Das ist es. Ja. Nur das geht auf und das auch nicht permanent. Na, seht ihr? So eine Scheiße. Und jetzt willkommen in dem Part, wo ich nicht weiterkomme. Echte Hummel, ich möchte hier echt ein Rat. Ah. Ich verstehe. Na, ich hab echt keine Ahnung. Also rechts unten bin ich letztens runtergegangen. Im Let's Play, das nicht online kommt. Und jetzt hab ich mal eine Vermutung gehabt, warum gehen wir nicht hier runter, hier nach links unten. Aber das überlebt er nicht. Niemals. Hummel, ich brauch dein Rat. Das überlebt er niemals. M-m. Kaufe ich den nicht ab. Und. Keine Ahnung. Soll ich hier die Maus auftauchen oder wie? Seht mal, Rückkehr ist möglich, aber wir können dann wieder hier nicht zurückkehren. Das ist die verwirrte Scheiße. Das ist scheiße. Und ja, wir können damit... Genau, die Tür da rechts öffnen. Das hilft uns aber nicht weiter. Und ja, hier geht's nicht weiter. Wisst ihr was? Oh, das ging auf. Egal, verweilen wir hier kurz. Wir wissen, dass es das Mauslevel ist. Hoffen wir einfach mal, dass es hier erscheint. Ich weiß auch nicht, wie lange man jetzt hier warten muss, aber... Hm. Das ist der Screen, wo ich nicht weiterkomme und wo ich keine Ahnung habe. Hm. Moment. Was ist hier? Ja, hier komme ich nicht hoch. Das Gitter da geht nie auf. Andere Möglichkeit hochzukommen gibt's nicht. Ich kann euch hier nochmal zeigen, dass die Plattform hier nicht zerstörbar ist. Leck mich am Arsch! Was ist das? Hä? Das muss ich wohl kräftig deftig im letzten Part übersehen haben. Also wir können doch noch weiter voranschreiten, wie es aussieht. Oh, hier ist sogar noch was. Also zwei Wege. Uh, erkunden wir mal schön. Bevor ich nach links springe... Komm mal hier hoch. Oh, das wo ich hin wollte. Boah, noch komplizierter, aber zu leben sage ich nicht nein. Aber schau mal, boah, das könnte ein Dead End sein. Schaut noch mal die Platte da an. Die schließt hunderttausendprozentig die Tür. Oh, ich will jetzt nicht so experimentierfreudig sein. Hm. Hm, tolle Scheiße. Tolle Scheiße. Aha. Hier auch keine Wiederkehr. Hummel, ich weiß nicht, ob du ein Arschloch bist. Vielleicht bist du's nicht. Deswegen vertraue ich dir jetzt mal blind und schaue mir das Leben da an. Vielleicht ist es jetzt nicht die fiese Art von Modifikation. Und ja, vielleicht gibt's da einen Weg zurück. Mal gucken. Ich traue mich nicht, aber ja, was soll man machen? Das sind halt diese bösen... Oh, 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 die Platte dort. Na, super. Wenn ich die berühre... Moment, lass mich nachdenken. Auf die Stacheln geht's nicht runter. Nie im Leben. Ob's Fake-Stacheln sind, können wir nicht überprüfen. Und ja... Seht ihr hier oben? Man könnte meinen, es geht da hoch weiter. Aber wer weiß das schon. Und ja... Das ist zu riskant. Wenn die Platte auf den Trank fällt, ist er weg. Futsch. Aus. Deswegen... Spiel mal hier weiter. Auch wenn's hier... Ja... Das ist hier doch wirklich die freudig... Hier ist es hier die freudigere Seite, muss ich mal sagen. Denn was haben wir hier zu verlieren? Gar nichts. Es geht hier einfach weiter. So. Zack. So. Okay. Ist das hier das Maus? Nein. Nein. Es ist einfach kein Schalter zum Drücken. Das ist ein Schalter? Nein, ist er nicht. Nur so. Dann gehen wir wieder zurück hoch. Hm. Beten wir mal, dass oben irgendwelche Platten sind. Und bitte, du wirst nicht lebendig, Freundchen. Okay, wir hatten noch keine untoten, Freundliche, oder? Äh, ja. Scheiß Platte, ey. Das erwarten die jetzt noch nicht wirklich von mir. Boah. Zum Glück kann ich mir Zeit cheaten. Das ist hier echt eine Nummer zu groß für mich. So. Die Platte kann runterfallen. Du willst mich verarschen. Wie soll ich da hinspringen können? Metals Sprung. Boah. Boah. Alter. Boah. Scheiße. Zum Glück hast du dich festgehalten. Zum Glück. Und Leben bleibt auch nicht mehr viel übrig. Ich hoffe mal, dass hier einfach keine Wachen vorkommen. Boah. Nein, die Tür zum Enddingstor geht nicht auf. Na. Na super. Nein, komm schon. Was soll? Die Maus kommt hier zum Einsatz. Wie genial. Wie genial. Das muss ich jetzt mal sagen. Und das ist bestimmt der Schalter zum Ende des Levels. Boah, bitte. Ich will das hinter mir bringen. Tja. Boah, Hummel. Du bist ein Meister in dem Game. Du hast es drauf. Du hast es geschafft, mir dieses uralte Spiel wieder schmackhaft zu machen. Und ja, Maus, bitte komm. Bitte. Verarsch mich nicht. Ja. Boah, danke. Nein. Ich hab Shift gedrückt gehabt. Nein. Och, komm. Das ist so fies, Mann. Warum bist du auch nicht in einen Sprung, in einen Schritt nach vorn gegangen? Och, scheiße. Na, la, la. Na, la, la. Spiel mir schmackhaft gemacht. Naja, schaut anders aus. Aber egal. Das ist hart. Oh, das ist ja mal wieder. Das ist hart. Unfassbar. Ja, super. Prinz, du. Oh, Prinz. Boah, wisst ihr, will ich mich freuen, das zu wiederholen? Oh, Mann. Gib mal Gas, Prinz. Es ist hier doch langweilig. Ah, jetzt macht bloß kein Scheiß. Wir wissen, dass wir da letztens runtergefallen sind. Hm, hm, hm. Komm. Ich bin noch hier oben. Was für eine Wunde. Nun gut. Naja. Coole Sache. Die Tür ist vollkommen umsonst. Ja, es gibt hier in dem Level einen Trank, aber an den komme ich nicht mehr ran. Sonst ist der Weg mich hierher wieder verbaut. Das ist so sinnvoll. Aber okay. Boah, ey, wiederholen. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Ich will nicht testen, ob ihr Fake-Stacheln seid. Will ich nicht. Okay. Jetzt einfach rüber. Boah, wieder so zwei verrückte Sprünge haben wir vor uns. Es ist zum Hahn rausreißen. Ich spinne. Ja, ich kann getrost loslassen. Und sei froh, dass du dich festgehalten hast, Prinz. Boah, scheiße, ey. Timing hätte auch besser sein können. Boah, 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 boah. Das Leben lassen wir natürlich wieder aus. Das ist einfach nur Trickserei von Hummel. Und, ja. Schnell wie der Wind müssen wir sagen. Ey, das Wiederholen war gar nicht so schlimm. Waren es zwei Minuten nur. Nein! Scheiße, ihr habt keine Geduld mit mir. Stimmt's? Ja, klar. Das halbe Game ist schon vorbei hier fast. Man. Oh, Mann. Das ist so eine Scheiße einfach. Oh, Mann. Ich hab dir die Schnauze voll. Scheiß Spiel, ey. Jetzt fängt wieder das an, dass das Spiel schuld ist. Ah, das sind wirklich meine Fehler. Meine Fehler, fetternd. Ah, Mann, ey. So, zwei Parts für das scheiß Level. Nun gut. Nun gut. Aber ich will jetzt vor dem Parts fertig sein. Los, gib Gas, Kyle. Gebe Gas, erbitte. Ich glaub schon wieder nicht. Los, steh auf. Ja, schon wieder wollte sich die Posse nicht festhalten. Das lobe ich mir so sehr. Los, Freundchen, mach mal hier was. So, während die Felksstacheln echt, wäre ich jetzt gestorben. Okay, jetzt haben wir den Beweis, aber trotzdem werde ich weiterhin dem Mist trauisch bleiben. Scheiß Stacheln, ey. So, ein Schritt hier. Zack. Boah, ey. Boah. Scheiße. Scheiße. Warum bin ich runtergesprungen? Auch egal, naja. Ah, mit dem Part hier wird es nichts mehr. Das ist ja so cool. Wisst ihr was? Ich mach mich oft stumm, bis ich das Level geschafft habe. Somit haben wir größere Chancen, dass ich keine Scheiße mehr baue. Und ja, wir hören uns im nächsten Level. Es ohne Scheiße, ich mach mich wirklich oft stumm. Leck mich am Arsch. Leck mich. Oh, überlebt, überlebt. Wie geil, wie geil. Oh, danke. Ich dachte, es wäre der Sprung in den Tod. Mann, zu früh Schiff, zu früh Schiff. Leck mich am Arsch. Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff. Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff. Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff, zu früh Schiff. Was ist oder falsch ist? Vielen Dank.